schon wieder jetzt hier er steht einfach nur mit dem also will der ein schon wieder verarschen oder hat er jetzt fährt er los man das ist jetzt ist der panzer voll obwohl ich eigentlich noch reinsteigen bleibt das halbe leid ich stelle mich mit drauf hier sind wir jetzt vier leute hier auf dem panzer drauf schön wenn der in die luft fliegt sind erst mal acht leute tot oder neun du bist doch noch mit drauf hier natürlich hier hallo wo ich aber runter wenn man so in der nähe von besen werde ich mal runter gehen als er mal hier prügelt euch die körper ein party das sinkende schiff über das mir das ist mir ein bisschen zu hallo da sind die ersten panzer sehe ich schon in der letzten runde nicht in der haftmine benutzt als versorger nicht dran gedacht da habe ich schon ganz einfach nicht dein ernst sein hier so gesehen mann ich ziehe wie mutti schon hier krass wiederbelebung ja genau tötet den da noch wenn es geht er gibt ja munition hast du keine enge ich versuche mal rüber zu rennen hier die straße zu überqueren das mir lohnt tatsächlich gut okay dann musst du halt nicht das fenster auf dann machen wir total kaputt was versuchst du denn da und fenster kaputt das war die haftmine und versuchst du denn da kann ich dir da vielleicht mit der haftmine mal zur hilfe oder hinten oder kommt die ganze armee lang gelaufen alter ich habe keinen einzigen ich habe einen mein ohr weg hier war gott scheiße hier raus ja raus ist auf jeden fall eine gute idee hier ist ja nicht mehr das medipack deswegen auch hier erst nein jetzt war hier das fenster zu ich bin jetzt bei ziel hier nimmt noch mal die muni alter wie oft ich dem das noch hinwerfen muss ach du scheiße die hat mich eigentlich erwischt aber gut und die granate wunderbar ich bin mir unsicher ich war mal bei dir ich weiß nicht das ist wahrscheinlich dumm aber im moment geht es sogar da drüben auf dem dach hocken auf jeden fall einer aber kein scharfschütze deck ihn ein panzer büchse bräuchte ich jetzt ey oh die granate ja oh was oh panzer büchse hat mich getroffen von oben irgendwo und da kommt die nächste ich renne erstmal wieder weg hier zurück hatte ich eine panzer büchse oder hatte ich eine panzer granate getroffen ne ne büchse büchse ein richtiger büchse mit ihren büchsen meine fresse ey wo soll man denn hin äh hier hin hin hier ein hinde büchse alter ist ein arschloch bin aber auch dumm ey wie ein wesentlich krass oh yes der rennt an mir vorbei der sani oder was geht doch so klopp 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 und dann hier vorbei also das war ist ja lasst du doch den habe ich rot eine catererin dem demn debell Tackler weg war jetzt im kreis gelaufen ohne schlecht die war ja wirklich ein ihrer Alter wie ziel ich denn, gibt es doch gar nicht Hier Munni, oh ja schön boah Genau, also ich fall eine etage runter und lande direkt vor dem Gegner. Hab ich. Hab ich. Da oben. Oh, da kommen noch mehr. Ach, du Scheiße. Endlich hab ich mal wieder eh. Ne, ich fasse das ja nicht. Wow. Oh, voll in die Fresse geschossen mit dem... Gut. Hier kann ich erstmal nicht hochkommen. Das ist erstmal blöde. Ich bin bei B. Boah, schalte. Schalter, du. Schalter, alter, krass. Das ist doch ein riesen Schalter, du. Ja, klar. Jetzt nehm ich nicht auf. Jetzt spiel ich gut. Das wird nie jemand sehen, leider. Nee. Ja. Jetzt bin ich mal drauf hier. 12 zu 1. Oh, was? Guck mal an. Na gut. Ah, jetzt 12 zu 2. Zählt denn der Tod mit? Man, den krieg ich ja wohl noch. Also, bitte. Na, den wirst du ja wohl noch kriegen. Sag mal, hallo. Ja. Und Haftmine hier an dem Haus. Achtung. Panzer. Boah, da springt der noch runter. Krass. Boah, was denn da los, Summer? Komm schon, Sunny. Komm, jawoll. Das ist ja los. Mach auf, ihr das Fenster, Mädchen, nu. Die invasieren hier immer noch bei B, wa? Nee, jetzt nicht mehr. Na ja, B sinds ja irgendwie noch nochmal am Start. Ja. Naja, wird jetzt nicht mehr. Ja, stimmt. Schön. Oh, den hat gerade einer runtergeschossen. Gut. Warum halt denn schon wieder keine Granaten, Mann? Leck mich doch hier, du Summer. Ja, ich schau hier. Boah, ich wollte gerade weg. Martini, Henry, Infanterie. Nee. Hä? Roten? Martini, Nerdy, Infanterie. Oh, jetzt regnet es ja auch draußen. Ich hätte keine Lust, dann an den Händen zu fahren. Also Bock halt schon, aber... Ja. Nein, bitte. Ist ja jetzt bei dem Rechen noch. Oh, war ja... Oh, war ja auch mir war da eigentlich in Ordnung. Oh, Mann, ich treffe ja gar nichts. Gut, da muss... Alter, siehst du das hier? Wie viel wird es denn hier los? Ja, ich sehe nur Brennen. Ich sehe keine Gegner. Nischt. Ich weiß nicht, wo sind die denn? Ach, ja, genau. Hinter der Wand. Nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ach, sein Nies kommt schon. Lass mich mal hier mit drin in den Panzer, bitte. Hä? Oh, hier sind sie überall. Die sind in dem Haus da vorne, was am nächsten an C dran ist. Von B aus kommend. Ja, da kommen noch mehr, ey. Hat der den noch erwischt? Den hat er noch. Den hat er noch getroffen. Ach, Mann, ich bin eine blinde Sau heute, ey. Krass. Hör auf zu brennen. Schlecht, ey. Einfach nur. Und die kenne ich so oft wieder. Ja, ne machen eh einer von uns. Ja, du Fotze. Zwei Leute noch mit der Haftmine, na du Hure. Haftmine, Asi-Alarm, yes. Ja, auf jeden Fall endlich mal wieder. Sehr gut. Komm zu dir. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Doch, doch. Soll ich dir das Haus freisprengen hier? Nee. Ach nee, du müsstest ja ruhig da weg. Okay, ich springe meine Arme streichen. Du bist ja schon. Nein, nein. Hä? Hm? Ja. Wir verlieben Einsatzziel Bertha. Wo? Den hat sie auf jeden Fall. Ach, da steht ein Panzer. Ach so. Lieber Freunde, das müsst ihr doch auch mal sagen. Und B. Verkacken wir wieder. Oh, der hat aber gewerbt. Der hat Glück gehabt. Legst du dich mal hin. Scheiße hier. Gabi, ja. Müssen wir los. 5 vor 7. Äh, 5 vor 5. Ja. 5 Minuten, dann mach ich mich auf den Weg. Ja. Gut, okay, alle klar. Ja, Gabi. Gabi mahnt an. Ah ja. Dann solltest du lieber nicht spaßen. Nee, 5 Minuten hab ich noch. Boah, Alter, ey. Das ist nicht dein Ernst, Henke. Henke 0 0 1 3. Eins, passt. Naja, jetzt wird es sowieso wieder ein Rape. Na. Dann wünsche ich dir schon mal viel Spaß mit hier. Naja, ich mach dann auch Schluss. Wenn du Schluss machst hier, dann bin ich raus. Nee, dann musst du diese Folge hier noch. Nee. Da hab wir mal abgesehen, dass ich eh totale Rotze spiele. Und wieder tu erz bei mir. Du bist langsam hoch. Guck mal, den habe ich noch als Hilfe. Fotze. Ivan. Er war so aus dem Nichts, Fotze. Ivan. Ivan the Russian. So. 13,5 hab ich so ja noch. Gefühlt hab ich das irgendwie umgekehrt. Und wieder tot. Ist das krass da hinten? Wiederbelebung. Ah, der Sanne, der liegt die ganze Zeit nur auf dem Boden. Deswegen kann er mich nicht wiederbeleben. Geil ist das so, dass der Panzer von uns wieder am Rande von der Karte irgendwo da hinten steht. Ja. Also die haben es mal außen. Oh, passbar. Ich spawner mal mit dem. Oh nee, jetzt ist der oder ausgestiegen. Der Höni. Ach man ey. Wo war der Esel? Kann man sich mal das Schiff hier nochmal ankicken. Ja, das ist wichtig. Ich bin mal auch immer normal. Vielleicht wollte er mit oben. Na, das ist genau der Staff. Und wie kann man da eigentlich rufklettern? Irgendwie? Auf die Karte. Also, nee, ich lass es. Also, das können wir dann wirklich beenden hier. Die Nougatschnitte. Hm. Geht ruf hier, mein Freund. Jetzt hat er mich natürlich als Erste gemessert. Ich hasse deine ganze Familie, Junge. Oh, scheiß. Scheiß, Alter. Nein, nicht da. Oh. Mann, nu rüber. Ich sehe auch keinen hier. Äh, das ist so krass. Also, eigentlich bin ich ganz gut dabei. Nein. Ja, dann tut die Macht. Oh, jetzt kam der wirklich hinter mir hinterher. Das ist nicht sein Ernst. Gut. Okay, also entweder Töte. Also, wenn ich jetzt mal beim nächsten Mal, wenn ich doof gehe, dann auf. Nein. Das wird nicht lange dauern. Ja, dann muss ich verzweifeln. Weiß auch nicht, ey. Ich bin aber auch... Meine Laufwege hier, die sind recht. Oh, das hat er ja gut gemacht. Hinter dir. Oh, da rett er, die Fotze. Oh, jetzt hat ein anderer abgeknallt. Du Fotze. So. Klasse. Den habe ich gar nicht kommen sehen. Gut. Jetzt muss ich hier an der Stelle, muss ich leider aufhören. Wir müssen los. Hä? Also, ja, aber... Ja, aber... Oh, krass. Wie jetzt? Nee. Gut, ähm... Ja, dann machen wir. Dann schreiben wir die Tage einfach nochmal, aber... Vielleicht machen wir nochmal ein Rundchen, wa? Morgen denke ich mal schon, ja. Also, bis später. Bis dann, sich, wa? Bis dann. Tschüss. Tschüss. Oh, wei. So, Freunde, wir müssen zum nächsten Tod hier. Und dann beende ich hier auch. Du sollst Maske aufsetzen. Mensch. Gut. Alles klar. Wie sieht es denn aus hier? 17,7. Mir fühlt eigentlich noch ganz gut gewesen, aber... Ah, ja. Auch schon wieder drei Leute wehen, ja. Äh, klar, Freunde. Out da rin. Schiss.